Mist, das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Links Gas geben. Mit linker Maustaste. Oh Mann. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Daneben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir hier raus... Komm, es hält. Da. So kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bis du... Vater? Elena nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rettet deine Tochter. Elena. Du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße. Nein. Wieso müssen alle sterben? Das ist... Das ist einfach nicht fair. Das zeigt mal wieder. Frauen halten nur auf. Ich... Versteh's nicht. Ich auch nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Und jetzt wollen wir uns hier erst mal das zweite Fragment. Fragment. Ach, das war dieser... Das war dieser Erik oder so, ne? Wie hieß er? Und dann liegt hier nicht mal mehr seine Leiche. Ist einfach... Weg. Einfach dead. Der Tod findet sie alle. Ah ja. So, jetzt gucke ich mal auf der Karte. Ähm... Hallo? Zoom bewegen. Ah, so kann ich bewegen. So, ich habe da jetzt einen Schraubenzieher, ne? Das heißt, ich kann ja bestimmt auch ein paar Sachen... Was ist hier? Mechanische Tür. Vorhängeschloss. Brunnen. Da brauche ich einen Dietrich. Schmiedeiserner Schlüssel. Den habe ich auch nicht. Da brauche ich auch einen Dietrich. Schmiedeiserner Schlüssel. Hm. 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 Ach der Schraubenschlüssel ist jetzt weg oder was? Na super. Da komm ich auch nicht rein. Gut, ich glaube ich gehe jetzt mal zum Schloss. Mal gucken wie es hier weitergeht. So. Na dann. Was haben wir hier? Ein Seil. Ist aber nix. Hallo? Sieh an sieh an. Hat tatsächlich einer überlegt. Du hältst wohl einiges aus. Sollte ich sie kennen? Oh. Du bist nicht von hier. Umso besser. Du wärst Mutter Miranda gefallen. Hör auf zu jammern. Wir sind fast da. Was? Hör auf zu jammern. Ich habe sogar gedacht, wie wir das tun. Du meinst, du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gib den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind? Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht! Nichtverantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmallt wären. Werd doch größer! Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego! Echt, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Likens und Gentlemen! Danke für eure Gehör. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du machen willst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Stammt! Nein! Verfluchter Mist! Gut so! Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Ha ha ha! Nein! 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 Du lebst noch? Beeindruckend. Oh, shit. Shit! Haha, beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh. Du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt ist es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen... Junge! Hahaha. Alter Verwalter, ey. Äh, zerfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan. Hahaha. Ah! Da, da, da! Du lebst noch? Beeindruckend. Oh shit. Shit. Haha, beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donna und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hahaha! Geht doch nichts über frisches Hackfleisch. Hahaha! Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Ich hab das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist. Oh mein Gott. Schnell weiter hier. Das kann doch nicht vorbei sein. Oh, wir sind wieder hier angekommen, ne? Oh. 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 Krass, ja? Ne Vogelscheuche aus, ja, aus Menschen. Kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Ich hab dich gewartet. Ich hab auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, sie aber auch. Hahaha! Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Hehe. Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Beschlossen nach Rose suchen. Willkommen, Ethan. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Ein Testamento. Ich schresünde auch erst ein Flugzeug. Daher ist wie sieht's und du haltest, ja, wir sehen uns hinterher Zeit. Und das wird viel gebar. Sie sehen uns ins signature in die Feuerkraft. Woitulative Barberbach. Ich habe es eine besonders với Fertigung, Hawaii-Aстin, die Nerfстве. Ichua direkt ein Erwart tangt. Also ein量 tiefer, Verschwung auch ein Tar im Tier. qui hat es monkeys mehr! 상태 ho緣 über geportektos, und diese marksmanlagut werden, eine Alpha Locierten, nach dem einen ritiven Prenknun fuoco, einen Ton- Eating das разбime� selten, da hattest du ein Auge drauf was eine interessante Wahl ach guck mal das war doch ein Dietrich ja, Dietrich, nice danke für deine Treue also ich könnte jetzt eigentlich einmal eben fix zurückgehen und die Sachen aufmachen, ne, mit dem Dietrich sollen wir das eben machen ok, machen wir dann gehen wir eben fix zurück es sollte jetzt schneller sein, ne weil ich hab ja diesen Tunnel da auf ähm ja, ok ich glaube ich komme gerade nicht mehr zurück hm also gut jetzt gerade komme ich nicht mehr zurück schade können wir nicht testen, was da drin ist einen anderen Weg gibt es hier glaube ich jetzt aktuell auch nicht ja, wir müssen halt jetzt doch erstmal zum Schloss zurück also zum Schloss könnte Rose hier sein machen wir erstmal alles kaputt hier was Redneck Lieferung ein Mann, drei Frauen Miranda Treffen mit Lady Dimitris Trescu Trescu der Duke Geschäftsgespräch Nichts passiert D Oh! Das war's für heute. Trotz, an der Stelle machen wir jetzt weiter. So, hier habe ich alles durchsucht. Hier ist nichts mehr. Ich wollte dann nochmal. Das ist kein Fenster oder sowas. So, irgendwo muss ich aber hin. Ich gehe jetzt nochmal da hoch. Hier war ich ja schon. Und ich denke, ich muss hier rüber. Auch verschlossen. Hä? Hä? Das verstehe ich aber nicht. Hier unten ist nichts. Nee. Hier habe ich schon geguckt. Hier habe ich auch geguckt. Nichts passiert. Hm. Ach, guck mal hier. Was haben wir denn da? Nix. Toll. Hier gibt mir auch nichts. Von der anderen Seite verschlossen. Hm? Hm. 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 Hier ist auch nichts. Finde der vier Engel Antlitz. Hähnliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut, dann zeig mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters, bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden? Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später, später bekommt jede ihren Anteil. Dann zieht ihn hoch. Hey. 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 Ah! 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 Was ist das? Hört sofort auf! Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Oh, Mann. Ah! Ah! Das ist mein Vater. Oh, 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 oh.